Willkommen zu einem neuen Vlog hier auf meinem Channel beim Maino. Ah, jetzt habe ich auch wieder gehört. Geil, grün. Und Leute, wenn ich allein unterwegs, wie ihr sehen könnt, ist nämlich der Niklas mit am Start. Was geht? Wie letztens angekündigt, ist er mit seinem neuen Bike am Start, die F900. Ich habe schon auf dem Channel so einen kleinen Bikefahren dazu gemacht. Den habt ihr eventuell gesehen, wenn nicht, klickt mal hier links drauf, dann seht ihr das. Und wir wollen euch heute eine geile Fotolocation zeigen, hier im wunderschönen Düsseldorf. Also die Meinungen sind natürlich unterschiedlich, ob es noch schön ist oder nicht. Ich finde es ganz nice. Und es gibt hier eine ganz geile Location, da wollen wir gleich hin, oder? Jo! Nice. Ansonsten fahren wir jetzt erstmal hier so ein bisschen planlos durch die Gegend. Und gucken, was passiert. Also ich habe jetzt auch wieder Glück. Jungen, du bist zu laut. Äh, geradeaus, oder? Für das City, ja. Mach mal. Hui! Wuh! 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 So, also wir fahren heute nämlich zum Hyatt. Da ist ein geiler Spot. Kennst du den? Kennst du, oder? Ja! Ja! Ja, der ist halt ganz nice für Fotos, Videos. Ich denke mal, wir machen da gleich ein paar Videos. Und dann, wenn es dunkel ist, habe ich nämlich noch was vor. Baut uns an! Äh, da will ich nämlich noch so ein bisschen geileres Video machen. Äh, ohne Gequatsche, einfach nur mit Sound und so. Das wird nice. Das müsst ihr auch unbedingt abstecken und, äh, Meinung da lassen. Und ich glaube, wir fahren da ziemlich hart in die falsche Richtung. Äh, deswegen würde ich mal sagen, fahren wir jetzt gleich mal nach links. Okay. Und dann gucken wir mal, was passiert. Fängt ja schon gut an, Alter. Boah! Lupfer! Boah! Junge, das Tod ist durchgedreht. Was sind die los, Alter? Warum sind die... Die Straßen sind glatt hier, ne? Übertrieben! Ich check halt gar nicht, Alter. Erstmal als erster Gang hier durchdrehen lassen, Alter. So, jetzt hier. Boah, der war nice, Alter. Boah, der war nice, Alter. Boah! Da geht ja gar nichts hoch, Alter. Ne? Bei dir nicht? Boah! Boah! Doch, aber ich dreh durch, bis zum geht nicht mehr. Ja, das Hi-Hat ist ne geile Location, weil, wenn's dann abends wird, dann gibt's dann nämlich so richtig geile Lichter und so. Das sieht schon nice aus. Das Hi-Hat an sich ist ein geiles Gebäude. Diese Brücke, die da ist, ist mega geil. Und wenn man Bock hat, kann man auf das Falk da die Treppen hochspadern. Und oben ist dieser Teich, das sieht auch richtig geil aus. Und der Taxifahrer ist ein richtiger Pro. Ne? Halt übel, der nice Pro auf jeden Fall. Boah, der ist nicht durchgerutscht. Das kenn ich, das Gefühl. Wir sind 60, Alter. Das ist komisch in der Orts. Sehr nice Location. Was ist mit dir? Alright. Wir sind 60? Ja. Boah! 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 Irgendwie fahren wir grad auf Düsseldorf raus. Kann das sein? Ich hab keine Ahnung, Alter. Okay, okay, okay. Ja, was heißt wir fahren aus Düsseldorf? Düsseldorf ist groß. So, wo ist denn der Fernsehturm? Da hinten wollen wir hin. Und wir sind übelst den falschen Weg gefahren am Stein. Ach, wie immer. Wir können erstmal ein bisschen Vlog-Content bringen und dann easy. Das ist schon mal nice auf jeden Fall. Ja, okay. Ey, der Wind ist auch nicht mehr so krass. Das ist einfach mal drücke. Sonst ballert das sonst so richtig weg. Das stimmt. Das stimmt. Kann ich rüber her? Ja, ich bin vor. Ja, easy. Ah, nice. Da fließt du, alle Menschen fangen sich über mich ab. Ja, Mann. Warum? Was ist mit denen? Ich mach doch gar nichts. Ich hab da nur freihändig die Spur gewechselt. Brügge? Ich glaub, gleich haben wir es geschafft, Digga. Gleich sind wir am Heilt. Können wir ein paar geile Picks machen. Nice. Also, wir müssen da hinten hin. Ja, ich hab's geschafft. Achso, gönnt euch übrigens die neue Maschine von Niklas. Geil. Ist LED. Geil. Sehr sexy. Sound auch böse. Schöner wär's, wenn die noch lauter wär. Was? Was? Ich glaub, wir müssen hier rechts. Junge! Ich hab mir schon gedacht, sie verarscht. Aber trotzdem. Der Prank ist real, Bruder. Wo bin ich da? Also, naja. Alter, guck mal das Licht. Das sieht aber mega sexy aus. Puh, Junge. Shit. Ja, Mann. Heftig. Wenn wir bei dem Licht jetzt am Heilt ankommen, könnte man echt mal richtig geil wiederfinden. Uff, Alter. Yo. Ich seh's auch grad. Richtig geil. Uff. Sind wir nicht hier... Nee. Sind wir hier von... Nee. Sind wir hier rausgekommen? Nee. Nee. Hier ist woanders auf jeden Fall. Aber wir sind hier mal rausgekommen. Irgendwann mal, ja. Als wir mal zusammen gefahren sind. Aber... Lüge, diese Spacken, Alter! Hier kann man so richtig geile Fotoschießen an dem Gebäude. Auf der anderen Seite sind wir mega nice was auch. Dann müssen wir, glaub ich, hier hinten rum. Wir sind auch beim Heilen. Ja. Sehr nice. Ja, Bruder. Mein Orientierungssinn ist, äh... Schon nah. Geil. Ja, ist besser geworden. Ich kann ihn schon besser oben halten. Ja. Aber ich bin noch nicht so hoch. Also ich bin nicht super hoch. Ich bin schon ein bisschen hoch, aber nicht super hoch. Wohin überhaupt? Ja, weg von alles. Das ist auch so geil am Hyatt. Da sind überall so ultra die fetten Karren. Da kannst du auch richtig geile Fotos von Autos machen, wenn du Bock hast. Auch mega nice. Erstmal flexen mit dem, was man nicht hat. Ja man, true. Fake Taxi halt, ne? Eigentlich müsste man das mal auf dem Motorrad schreiben, so Fake Taxi. Ja, ja. Da kommt das schon mit, Alter. So. Ähm. Ja. Überall geil eigentlich zum Fuß machen so. Ja, sag du. Man kann auch hier so richtig gerne runterfahren. Ist auch nice. So Leute, ich hoffe euch hat der Vlogs gefallen. Äh. Ich würde sagen, das hätte beenden gehen nämlich. Äh. Wenn es euch gefallen hat, kommen nach oben. Äh. Ich hoffe die Randomness war nicht zu hart für Randomness. Und ihr habt ein bisschen Spaß beim Begleiten von mir und Niklas. Und, äh, ich würde sagen, gönnt euch doch die Fotos, die wir gemacht haben. Ist das geil. Ähm. Und, äh, lasst ein Abo da. Boah, Junge. Es sieht so krass aus, Alter. Ja, Mann. Rüber. Äh. Ja, смотрländerne. Ja, bloss displayed. Schuss Samuels. ungenkern. Cauch. Verhalten.